Jenny spielt mit ihren Sprezer. Hallo, ich bin hier zu Besuch bei Dana und Jill. Ich bin hier an der Nordsee und habe die beiden besucht. Und es freut mich total hier zu sein und die beiden mal persönlich kennenzulernen. Ich kenne die ja von ihrem YouTube-Kanal The Hartley Tribe und ich finde die Videos total unterhaltsam und es macht echt Spaß, denen zuzugucken. Ja, wir sind jetzt gemeinsam hier und wir haben uns überlegt, ein paar Sprachspiele zu spielen. Und dadurch kann man auch gut Vokabeln lernen. Das könnt ihr gerne auch mal zu Hause machen. Das ist mal ein bisschen abwechslungsreicher, als einfach nur trocken Vokabeln zu lernen mit irgendwelchen Karteikarten. Ja, wir spielen jetzt ein Spiel und zwar sage ich jetzt ein Wort, zum Beispiel Elefant. und das Wort endet mit T und dann muss Dana ein Wort mit T sagen. Tiger. Tiger zum Beispiel, genau. Wir fangen jetzt mal an. Okay, also Dinosaurier. Mit R. Okay. Rauchen. Nilpferd. Tanz. Mit D endet das. Dinosaurier. Das hatten wir ja schon. Kannst du das nicht? Ne, zweimal geht nicht. Danke. Ah, sehr gut. Ei. Wie heißt dieses Tier mit den Stacheln? Das hat ganz viele Stacheln, so ein kleines Tier. Porkipal. Igel. Igel. Hedgehog. Ja. Igel. Achso, den gibt es vielleicht bei euch nicht so oft, ne? Ne. Ähm, okay, also Igel hast du dann jetzt gesagt. Ähm, mit L. Lustig. Giraffe. Sehr gut. Ähm, Eichhörnchen. Äh, neugierig. Aha. Gucken. Äh, Neuschwanstein. Oh, sehr gut. Ähm, nein. Rammstein. Nochmal. Sehr gut. Ähm, Leiden. Neu. Neu, ja. Uhr. Rammstein. Okay. Magst du Rammstein? Mein Vater mag Rammstein. Ah, okay. Jetzt machen wir noch ein Spiel. Genau, wir spielen jetzt noch ein Spiel und zwar, ähm, müssen wir jetzt Sätze bilden, ja? Das heißt, ich fange mit einem Wort an, zum Beispiel Peter und dann muss, ähm, Dana das nächste Wort sagen. Zum Beispiel Peter spielt gerne Gitarre, ja? Ja. Wir fangen mal an. Willst du mit dem ersten Wort anfangen? Ja. Jenny. Äh, spielt. Mit. Ihren. Spielsachen. Ja. Genau. Okay, dann fange ich mal, müssen wir jetzt von vorne anfangen? Äh, du kannst noch was sagen, ja. Ach so. Okay, also Jenny spielt mit ihren Spielsachen im. Schlafzimmer. Und. Sie. Äh, hört. Radio. Während. Während sie. Während sie. Ähm. Unter. Dem. Bett. Versteckt. Genau. Während sie sich unter dem Bett versteckt. Okay, jetzt. Weiter geht nicht, oder? Okay, du kannst noch ein, du kannst ein neues. Ah ja, okay. Das Baby. Weint. Das sind zwei Wörter, das Baby. Ach ja, stimmt. Okay. Ähm. Der. Alter. Der Alter? Also. Mensch. Ach so, der Alte. Der Alte. Äh, Mann. Spielt. Mit. Ein. Mit einem. Mit einem. Äh. Lauten. Helikopter. Äh. und. Spielt. Auf. Seinen. Balkon. Schach. Schach. Wir spielen jetzt noch ein drittes Spiel. Das wird ganz lustig. Ich muss jetzt Dana die Augen verbinden. Damit. Und dann muss sie, ähm, ja, dann gebe ich ihr einen Gegenstand und sie muss raten, was das für ein Gegenstand ist. Ja. Kopfhörer. Meine Kopfhörer. Ja, super. Okay. Ich bin jetzt dran. Okay, alles klar. Helft. Ah, ein, ähm, ein Deckel. Ja. Von einer Flasche. Ah, cool. Okay. Okay, ähm. Oh, Mama ist Maus. Ja, genau. Ach Gott. Ein Handtuch? Küchentuch. Ah, ein Küchentuch, ja, okay. Ein Apfel. Oh, das war ja mega schnell. Ähm. So ein Lippenbalsam. Ja. Ein Apfel, oder? Äh, ja, ob wir das, wie sagt man das allgemein? Also a coin, sagt man das? Ja, ein coin. Eine Münze. Eine Münze. Genau. Ein Radiergummi. Ja. Nein. Nein? Nein. Kein Radiergummi? Nein. Also Radiergummi heißt Eraser, ne? Oh, ja. So, ich hab mir gedacht, dass ich Dana noch ein bisschen interviewe, damit ihr sie auch ein bisschen besser kennenlernt. Ich stelle ihr jetzt einfach ein paar Fragen auf Deutsch. Ähm, Dana spricht im Übrigen sehr, sehr gut Deutsch. Also sie hat, äh, im Prinzip zwei Muttersprachen, ne? Also einmal Englisch und einmal Deutsch. Ähm, du, du, ähm, du redest aber im Alltag mehr Englisch als Deutsch, oder? Ja, okay. Ähm, aber ich, ähm, hab mich jetzt entschieden, seit ich hier bin, mit Dana nur Deutsch zu sprechen, damit sie auch, ähm, ja, äh, wieder dieses Gefühl dafür bekommt, Deutsch zu sprechen. Und, ähm, das ist natürlich für sie auch eine gute Übung, ne? Und deswegen hab ich jetzt gesagt, ich spreche mit ihr kein Englisch, sondern nur Deutsch, äh, die ganze Zeit, während ich hier bin. Ja gut, also ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen, dann kannst du versuchen, die zu beantworten, ja? Okay. Also, ähm, wie heißt du? Dana. Und woher kommst du? Auf Tatsa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Ich mache gern Fußball und Lesen und YouTube. Okay, cool. Und, äh, liest du auch gerne Bücher? Ja. Ich hab gesagt Lesen. Ach ja, stimmt, hast du gesagt. Okay. Ähm, magst du die Sonne? Also magst du, ne, magst du es, wenn es warm ist? Ja. Okay, fährst du gern Ski? Snowboard. Snowboard, ja? Ja. Hast du es schon oft gemacht? Ja. Cool. In Texas? Äh, nie mag ich es warm. Ah, alles klar. Okay. Und ist das schwer? Nicht wirklich. Nein? Okay. Und, ähm, gibt es auch irgendwelche Brettspiele, die du gern spielst? Ja, äh, Fari. Hä? Und, was gibt's noch? Charades. Mhm. Und, ähm, mit Ärgerdich nicht. Und mit Ärgerdich nicht. Das haben wir gestern gemacht. Das war ziemlich cool. Ja. Okay, ähm, warst du schon oft in Deutschland? Ja, es ist mein drittes oder viertes Mal. Ah, okay. Und gefällt es dir in Deutschland? Ja. Ja? Äh, mit wem sprichst du dann auf Deutsch? Meine Mutter. Mit deiner Mutter? Aha. Und ein paar, sometimes mit John und Anna und Kathi. Ah, ja? Sprecht ihr untereinander manchmal Deutsch? Ein bisschen. Okay. Und Papa ein bisschen auch. Ja, cool. Aber mehr mit Mama. Alles klar, okay, cool. Äh, warum spricht denn dein Papa so gut Deutsch? Weil er hat ein paar Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet. Ah, super. Und warum spricht deine Mama so gut Deutsch? Weil sie war, weil sie war in Deutschland geboren. Ja, sie ist in Deutschland geboren. Genau, cool. Äh, und gefällt es dir hier am Strand? Ja. Cool. Du vermisst aber bestimmt deine Geschwister, oder? Ja. Und telefonierst du mit denen manchmal? Ja. Okay, cool. Und was machen die jetzt gerade in den USA? Gehen zur Schule. Ja, und nächste Woche ist eine ganz besondere Woche. Was macht man denn da nächste Woche in den USA? Thanksgiving. Thanksgiving, genau, richtig. Was macht man an Thanksgiving in den USA? Da, du isst ganz viel Turkey. Ganz viel Trutan. Trutan. Oder Pute, sagen wir, glaube ich. Okay. Und die Verwandten kommen zu Besuch, ne? Ja. Ja. Ist das hier für den Kopf? Ist das eine Mütze? Ja. Ah ja. Mit einer Öffnung oben? Das ist ein Schal. Du kannst viele Dinge mitmachen. Cool. Ist Pink deine Lieblingsfarbe? Nein, eigentlich mint green. Ja? Ja. Mint green. Okay. Mint green. Cool. Ja, gut. Wir machen uns jetzt gleich fertig. Wir gehen nochmal an den Strand. Ein bisschen spazieren, ne? Ja. Genau. Und dann spielen wir heute Abend noch ein paar Gesellschaftsspiele. Ja. Mal gucken, wer dann gewinnt. Was meinst du, wer gewinnt? Ich? Ja, aber ich glaube, ihr werdet es mir nicht leicht machen, ne? Okay. Wir sehen uns später. Tschüss. Tschüss.